Hallo und willkommen zu einem neuen Update-Video. Es ist das erste Video in diesem Jahr, daher zunächst einmal ein frohes neues Jahr an alle. Ich bin bislang noch nicht dazu gekommen, Videos zu machen. Oder besser gesagt, ich habe es schon seit drei Tagen versucht und es hat einfach nicht funktioniert. Ich hoffe, heute klappt es. Meine Stimme knickt nämlich weg und ich bin auch so ein bisschen kurzatmig. Ich hatte jetzt eine sehr lange Zeit, zwei Tage vor den Feiertagen ging es los, eine sehr schwere und lange Bronchitis. Das heißt, ich bin jetzt noch so ein bisschen dabei, mich davon zu erholen, wenn ich jetzt irgendwie Störgeräusche im Video habe oder so. Ich werde natürlich versuchen, alles rauszuschneiden, aber das mögt ihr mir bitte dann nachsehen. Ich bin halt einfach noch so ein bisschen angeschlagen und so weiter. Wir werden heute das Q&A machen. Ich muss natürlich jetzt einiges abarbeiten. Ich hatte viele Pläne zum Jahresende, auch Verlosungen und so weiter. Wie letztes Jahr wollte ich auch dieses, beziehungsweise jetzt letztes, besser gesagt, wie vorletztes Jahr, wollte ich jetzt letztes Jahr Bücher verlosen. Bin leider nicht mehr dazu gekommen. Sogar die Verlosungen rund um Green Arrow und auch die Postkarte auf Patreon konnte ich ja leider nicht mehr abschließen. Ich entschuldige mich nochmal für die Patreon-Geschichte. Da werde ich das Ganze bald auf den Weg bringen. Und allgemein erwartet euch in diesem Jahr ein bisschen mehr, was Verlosungen angeht, auf Patreon. Ich dachte einfach, es wäre fair, wenn ich den Leuten, die mich schon unterstützen möchten, etwas zurückgebe. Also falls ihr noch nicht auf Patreon seid oder irgendwie mich unterstützen möchtet, denn ich habe dieses Jahr eine Menge vor. Darüber werde ich gleich auch nochmal ganz kurz sprechen. Dann guckt in die Beschreibung. Da ist ein Link zu meinem Patreon. Ich würde es natürlich sehr, sehr feiern und auch sehr dankbar sein, wenn ihr mich einfach unterstützen würdet. Denn ich bin dabei, meinen eigenen Comic umzusetzen aktuell. Ich habe ihn ja schon seit 2019 ungefähr in Entwicklung. Und ich bin jetzt an dem Schritt angelangt, wo ich das Ganze zeichne. Und falls ihr da Interesse habt, kommt in unser Discord. Dann könnt ihr auch sehen, wie ich da ab und an mal, irgendwie eins, zweimal im Jahr stelle ich da ein paar Bildchen ein oder eine Beschreibung oder so zum Comic. Es ist ein Vampir-Comic mit Monstern und viel Action und Mystery und so weiter. Also recht spannende Geschichte. Sehr viele Kämpfe werden stattfinden und so weiter. Also es ist sehr actionorientiert tatsächlich auch. Und ich habe zwei Protagonisten im Endeffekt in der Hauptrolle. Eine Frau, die zum Vampir wird und einen Mann, der natürlich ein Mensch ist und ein wenig zum Ziehvater oder schrägstrich so Onkelfigur wird. Das wird eigentlich ganz cool, denke ich. Hat auf jeden Fall meiner Meinung nach Potenzial. Und ich strebe somit auch eine Unternehmungsgründung in diesem Jahr an. Ich habe jetzt in ein paar Tagen habe ich die ersten Termine. Ja, einerseits bin ich total hyped und habe Bock auf alles Mögliche. Und andererseits bin ich so ein bisschen abgeschrägt, weil ich denke, okay, alles recht unsicher. Und Patreon funktioniert auch nicht so, wie ich es brauche. Und ja, es ist natürlich abzusehen gewesen bei der Abonnentenzahl, die ich aktuell habe. Ich habe ja auch da 1000 Abonnenten angestrebt für dieses Jahr. Hat leider nicht ganz hingehauen. Ich gebe aber hier dem, ja, der Krankheit die Schuld. Denn über Weihnachten gucken normalerweise recht viele Leute im Winter allgemein. Und ich habe einfach keinen Content bringen können. Deswegen hat das Ganze nicht hingehauen. Aber das Ziel war realistisch, wie man hier sieht. Deswegen streben wir einfach für nächstes Jahr 2000 Abonnenten an. Sollte irgendwie klargehen, denke ich. Ich habe jetzt alles durchstrukturiert. Das heißt, ich habe jetzt einen Plan, nach dem ich arbeite. Ich habe eine feste Zeit, wo ich Dinge für YouTube mache. Ich habe eine feste Zeit, wo ich lerne. Und ich habe eine feste Zeit, wo ich am Comic arbeite. Und das sind aktuell so die Pläne für dieses Jahr. Wir werden natürlich den Rebirth Guide sehen. Wir werden sehr viel Material umgesetzt sehen. Endlich, hoffe ich. Ich habe mir das Ganze, wie gesagt, aufgeteilt. Und zunächst werden wir natürlich den Stapel abarbeiten, der jetzt liegen geblieben ist, den ich jetzt nicht mehr geschafft habe am Ende des Jahres. Und unter anderem ist dieses Video ein Teil davon. Und ich denke, ich habe jetzt lange genug diese Einleitung hier gestaltet. Wir werden einfach einsteigen. Und ich werde einfach mal eure Fragen durchlesen und sie beantworten. Ich kenne die meisten Fragen davon noch nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Tage lang versucht, was aufzunehmen. Ich bin an dieser Frage hier gescheitert. Weil sobald ich versucht habe, was dazu zu sagen, ist meine Stimme eingebrochen. Den Rest kenne ich noch gar nicht. Ich habe zwar über ein Herz reingedrückt, weil es mich allgemein gefreut hat, dass ihr überhaupt Fragen hattet. Und deswegen sehe ich die heute auch das erste Mal. Ich werde euch auch nachträglich dann Bilder und Videomaterial und so weiter reinbearbeiten, dass das für euch ein bisschen unterhaltsamer wird. Also legen wir einfach mal los. Wie gesagt, Trash and Attack. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich deine beiden Fragen hier, weil die recht komplex sind, einfach ans Ende stelle, anstatt hier an den Anfang. Und wie gesagt, die beiden Fragen kenne ich bereits. Die sind recht kompliziert zu beantworten. Deswegen keine Sorge, ich werde sie beantworten, aber halt am Ende des Videos. Die Alex1231, diese ganzen Zahlen, die sind, glaube ich, von YouTube vergeben. Die sehen bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Hey, Sabesho, freut mich mit dem Q&A. Und da lege ich auch gleich mit den Fragen los. Ja, leg los. Erstens, was war dein erster Comic und hast du ihn vielleicht noch? Ja, mein erster Comic war Spider-Man Nummer 1. Das ist ein Heft. Spider-Man, die Spinne damals noch mit Untertitel. Ganz wichtig. Wir hatten ja im Land noch praktisch keine Paperbacks oder wenn, dann nur vereinzelt. Und das war so der erste Comic, den ich bei einem Bekannten gelesen habe. Und der hat mir so gefallen, dass ich den dann auch geschenkt bekommen habe von ihm. Ich habe zu der Zeit selber noch keine Comics gelesen. Er war bereits Marvel-Leser. Er hat Spider-Man gelesen, er hat die Fantastischen Vier gelesen. Und er hat tatsächlich, was war das nochmal, Aquaman und Silversurfer hatte eine große Story-Arc. Deswegen kann ich mich noch an diese Sachen einigermaßen erinnern. Die Aquaman-Sachen, das war der langhaarige Aquaman mit dem Haken an dem Arm. Das war auch immer recht cool, wie der bei diesem Steg war und so. Ich erinnere mich noch, fand ich als Kind oder junger Jugendlicher, fand ich das sehr, sehr cool alles. Und vor allen Dingen die Story in diesem Comic, also Spider-Man Nummer 1, die dreht sich um, ich glaube Craven war's, der in einen Puma-Mutanten verwandelt wird oder so. Also in diesem Band ist er es schon. Und der wird gesteuert von einer Frau namens Nocturne, glaube ich. Die sieht aus wie ein Gargoyle. Und ich war zu der Zeit halt ein riesen Gargoyle-Fan. Ich habe halt alle Folgen immer geguckt im Fernsehen und so weiter. Also Disney's Gargoyles. Falls ihr euch fragt, was ich hierbei meine. Und das hat mir da sehr, sehr zugesagt, weil sie ähnlich ausgesehen hat. Und sie hat auch so eine ähnliche Moraleinstellung und so weiter. Deswegen, ja, ist es etwas, das absolut einen Ehrenplatz bei mir im Regal hat. Es steht direkt vor meinem Spider-Man Run, so als Aushängeschild, natürlich gebordet und so weiter. So wie ihr das hier gerade seht. Was ist dein absoluter Lieblingscomic? Solche Fragen sind schwer zu beantworten, weil man sich ja dann festlegen muss, weil man die Comics ja aufgrund von verschiedenen Tatsachen gut findet. Ich meine, man kann einen Lieblings-Superhelden-Comic haben, der viel Action hat. Und wenn man auf Action steht, dann ist das der Lieblingscomic. Man kann aber auch sowas wie Watchmen feiern, weil da irgendwie politische Themen mit drin sind und wichtige Fragen gestellt werden, die auch zu uns in die Realität reflektiert werden könnten oder so. Also es ist halt wirklich schwer zu beantworten. Aber ich denke, mein absoluter Lieblingscomic ist wahrscheinlich Hellboy. Also Hellboy-Kompendium 1 bis 4 oder so. Da ist es eigentlich egal, welche Geschichte du nimmst. Die sind halt immer von den gleichen Schöpfern, deswegen. Ja, Hellboy. Hellboy ist auch etwas, damit habe ich angefangen, tatsächlich. Also als ich den Einstieg in die Comic-Welt wieder gesucht habe, habe ich mir die Hellboy-Kompendien zuerst geholt, weil die viel zugänglicher sind als alles, was Marvel oder DC bietet. Ich meine, ich habe ja den Kanal hier mit den ganzen Guides. Ihr wisst, wovon ich rede. Oh, da sind ja einige Fragen. Ich dachte, da sind nur drei. Okay, okay. Die dritte Frage. Was ist dein liebstes Comic-Event? Das ist nicht allzu schwer zu beantworten. Das ist nämlich Blackest Night. Das ist aus dem Green Lantern Run von Jeff Jones entstanden. Und das ist etwas, das würde ich als mein Lieblingscomic-Event bezeichnen. Einfach nur, weil es einen großen Impact hatte. Es hatte auch eine gefühlte Relevanz, die heutzutage so ein bisschen fern bleibt. Heutzutage hat man das Gefühl, dass Dinge geschehen. Und dann tut man so, als wären die nie passiert. Dann hat man den Status wieder hergestellt und so weiter. Und im schlimmsten Fall kommt wieder ein Reboot oder so. Also, das war etwas, das hat Blackest Night wirklich hervorragend gemacht. Und weil ich Fan von den beiden Reihen war, von Jeff Jones und Peter J. Tomasi, der Begleitserie Green Lantern Corps, war das für mich das große Ding. Ich habe es wirklich gemocht. Und das ist halt so sehr, sehr düster. Ich meine, es geht um Tod und diese dunkle Macht und so weiter mit Black Hand. Ziemlich cool. Vierte Frage. Was ist dein Liebster New 52 und Rebirth Run? Das sind ja eigentlich zwei Fragen in einem. Deswegen beantworte ich dir gerne den ersten Teil davon. Und den zweiten kann ich noch gar nicht richtig beantworten, weil ich die Rebirth Sachen noch gar nicht alle gelesen habe. Ich bin aktuell dabei. Bei New 52 würde ich wahrscheinlich sagen, Scott Snyders und Greg Capullo's Batman. Das war so ziemlich das stärkste Material, aber am Anfang. Wenn man weiter in dem Run voranschreitet und dann Batman Eternal kommt und so weiter, dann flacht es tatsächlich ab. Aber gerade diese ersten Story-Arcs wirklich hervorragend. Deswegen würde ich sagen, das war mein Lieblings New 52 Run. Rebirth kann ich gar nicht so, wie gesagt, beantworten. Ich weiß nur, die ganzen Serien rund um die Justice League, die sacken extrem. Die waren richtig schlecht. Die ganzen Teamcomics sind nicht so gut bis auf Titans. Das war ziemlich gut. Aber die ganzen Einzelserien, da kann man sich drüber streiten, was besser ist. Denn alle diese Serien sind gewaltig gut. Man könnte jetzt sagen, vielleicht Wonder Woman aktuell. Ich kann es halt nur aus dem aktuellen Stand beantworten. Vielleicht ändert sich das am Ende, wenn ich alles gelesen habe. Aber Wonder Woman zum Beispiel hat mir extrem zugesagt von Greg Rucker. Nicht nur kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück. Sie hat auch noch eine Geschichte aus den New 52, aus der Justice League, die hier fortgeführt wird. Mit dem Charakter Grail. Und ich mag halt diese Darkside-Geschichte und so weiter sehr, sehr gerne aus den New 52. Also Respekt an Greg Rucker. Der hat da wirklich alles richtig gemacht eigentlich. Joa, ich könnte aber auch sagen, Aquaman von Dan Abnett war auch gewaltig gut. Und wie gesagt, alle diese Einzelserien, die profitieren halt stark davon, dass man auch in der New 52 die Vorgängerserien gelesen hatte. Sind ja Nachfolgeserien sozusagen. Joa, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Falls dich die Antwort nicht ganz zufrieden stimmt, tut's mir leid. Aber ich muss wirklich echt erstmal Rebirth komplett lesen. Und dann kann ich das besser beantworten. Hast du einen Lieblingscomic-Film? Tatsächlich habe ich den. Und zwar Watchmen. Ich finde, das ist die beste Comic-Verfilmung. Es ist ja kein Film, der sich nur daran orientiert, sondern der verfilmt wirklich den Comic sozusagen. Bis auf das Ende, das wurde leicht abgeändert. Sonst erkennt man wirklich fast alles wieder. Watchmen ist einfach gewaltig gut. Egal wie alt man ist, dem Film kann man immer, denke ich, was abgewinnen. Der ist sehr düster, mag ich. Ja, es hat einfach so viel Bedeutung und so weiter. Man kann sogar auch sagen, dass Watchmen eventuell mein Lieblingscomic-Band ist. Aber ja, vielleicht kommt ja diese Frage noch. Es ist halt einfach ein Lieblingscomic-Film. Und da gibt es einige. Ich mag den Batman von Nolan. Ich mag aber auch die Hellboy-Sachen von Del Toro und so weiter. Also ja, das ist etwas, da gibt es einiges, was ich mag. Deswegen, sich immer so auf eine Sache zu reduzieren, ist dabei tatsächlich schwer, weil es allein schon viele Genres und so weiter gibt. Sechstens. Wie ist deine Meinung, falls gesehen, zu Spider-Man, Raimi, Amazing und Home-Trilogie und Gleiches zu Batman Dark Knight, den Zack Snyder-Filmen und The Batman? Guck mal, da sind auch schon wieder sechs Fragen eigentlich in einer. Deswegen mache ich es kurz und knapp. Die ganzen Spider-Man-Filme fand ich geil. Die Home-Trilogie ist dabei die schwächste. Die erste von Raimi ist die stärkste. Amazing Spider-Man hat auch seine Stärken. Ich kann ein paar Sachen jeweils vielleicht zu den Sachen tatsächlich doch sagen, aber recht kurz. Raimi, finde ich, macht alles richtig. Der macht alles, was Spider-Man ausmacht und ikonisch ist, richtig. Er hat den Kobold, er hat Peter Parker als den Helden, der er ist. Er hat die ganze Origin richtig interpretiert und das Einzige, was vielleicht hierbei nicht so ganz rüberkommt, ist Peters Charakter zum einen und zum anderen die organischen Netze. Wobei das auch in den Comics so war, in einer Story-Arc, ich glaube, von Dan Slott, wo er eben diese organischen Netze hat. Die ich persönlich sehr mochte. Ich mochte die Idee, ich mochte auch, dass Peter dadurch etwas mehr ein, ich will immer Meta-Wesen sagen, dass er halt mehr ein Mutant war. Denn er ist ja später dann auch mit den X-Men unterwegs und so weiter. Also das war auf jeden Fall etwas, das habe ich sehr, sehr gemocht. Die ganze Trilogie war super. Amazing war halt auch nochmal richtig gut, weil Andrew Garfield genau das Gegenteil war von dem Peter Parker bei Raimi. Er war ein bisschen kecker, ein bisschen Forscher und er hatte halt die Patronen für die Netze und so weiter und war deutlich, wie kann man sagen, wissenschaftlicher unterwegs. Hat mir auch sehr gefallen und auch die Tatsache, dass seine Freundin hier bei die Gwen Stacy war, war auch richtig gut. Ich mochte auch die CGI-Effekte da dran. Die Echse war ja wirklich sehr, sehr geil animiert zu der Zeit und ich bin ja CGI-Person sozusagen. Deswegen, ja, Jamie Foxes Performance als Elektro war auch gewaltig gut. Da stört es auch nicht, dass die einen Race-Swap gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt war es auch überhaupt noch kein Ding. Da hat es keinen interessiert. Er hat so gut gespielt, der war halt viel interessanter als der Elektro in den Comics oder in der Serie, finde ich. Home-Trilogie haben sie halt komplett gegen die Wand gefahren. Die hatten einen super Schauspieler dafür. Die haben alle Mittel dafür gehabt und sie haben eine Sache gewaltig falsch gemacht. Sie dachten sich vermutlich, also ich kann es schon nachvollziehen, dass diese beiden Sachen hier nicht lang genug her sind, um wieder ein Origin dazu zu machen. Ja, und dann dachte man natürlich, okay, der Origin ist für ihn wahrscheinlich trotzdem passiert. Er hat hier eine Tante, die viel zu jung ist, was komisch ist, weil sie die ganze Zeit mit Iron Man flirtet, was ihn ein bisschen zu Iron Boy degradiert. Die Thematik kennt man ja. Und sie geben ihm im letzten Film praktisch davon seine Origin-Story, was ihn zu Peter Parker bzw. Spider-Man überhaupt erst macht. Nämlich der Verlust eines geliebten Menschen, der ihm beibringt, was ein Held überhaupt ist. Ja, das haben sie so ein bisschen verpatzt. Der letzte Teil hat mir sehr gefallen, aber vermutlich wegen den beiden hier eher. Gleiches zu Batman. Batman von Nolan gewaltig gut. Nicht unbedingt nah am Comic-Material. Wobei man das so auch nicht sagen kann. Batman Beginns ist dabei mein Lieblings-Style. Vielleicht unerwarteterweise für viele. Ich mochte nicht den mit dem Joker, sondern den, der da vorspielt. Weil ich finde, dass die ganzen Trainingsszenen und der ganze Anfang zu Batman hierbei wirklich sehr, sehr gut porträtiert und umgesetzt wurden. Ich liebe diesen Film tatsächlich. Und auch das Ende, wo Batman dann so über die Stadt gleitet und dieses Scarecrow-Gas und alles. Und diese Wasserleitung. Wir haben ja dann später sogar einen Comic dazu bekommen. Der Joker, der Mann, der lacht-Comic ist das. Also tatsächlich sehr, sehr cool. Was ich nicht mochte dabei, ist die Porträtierung von Gotham. Das ist ja einfach nur New York im Endeffekt. Da bin ich auch der Meinung von den ganzen Film-YouTubern, die mit Sicherheit auch darüber sprechen. Ich gucke mir kaum welche an. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zack Snyder-Filme dagegen. Sehr bedeutungsschwanger. Sehr, sehr dramatisch. Es gibt Filme, da bin ich eingeschlafen. Zum Beispiel Batman gegen Superman. Das fand ich mega langweilig. Da war die Comic-Porträtierung oder auch die Dark Knight-Umsetzung der Animationsfilme deutlich gelungener, was das angeht. Ja, ansonsten fand ich die Justice League von Snyder tatsächlich. Also diesen Snyder-Cut deutlich besser als das davor von Whedon natürlich. Vieles hat er dabei richtig gemacht. Vor allem Cyborg halt so aufgebaut, dass der Film mir dann auch wieder Sinn ergeben hat. Ja, schöne Geschichte. Habe ich dann mir an zwei Abenden gegeben. War halt viel zu lang, der Film. Aber ansonsten ganz gut. Ich mag nicht alle seine Filme. The Batman dagegen, davon halte ich gar nichts. Ich mag zwar die Grundatmosphäre. Ich mochte den Penguin sehr. Ich mochte aber nicht diese ganze Voke-Geschichte dahinter mit weißen, privilegierten Arschlöcher. Alle Polizisten waren divers. Catwoman war divers. Die hat auch die ganze Zeit dieser Gender gefahren und so weiter. Ich mochte auch nicht unbedingt, dass Batman hier so übelst brutal dargestellt wurde. Das hat so ein bisschen bewirkt, dass sein Detektivcharakter geschwunden ist. Und das hat so ein bisschen gezeigt, dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Ich meine, wenn ihr den Origin von Batman im Kopf habt. Er hat halt jahrelang im Ausland trainiert und versucht zu dieser Waffe zu werden, die allerdings nicht tötet. Dann machte Batman eigentlich nicht viel Sinn. Und die Porträtierung von Gotham selbst ist hervorragend. Also genau das Gegenteil von den Nolan-Filmen in jeder Hinsicht. Der ganze Plot, wie der Riddler dargestellt wird, ist für mich vollkommener Schwachsinn. Und auch, wie Batman sich verhält. Als Bruce Wayne fand ich ihn ganz okay. Ich kann damit einfach nicht warm werden. Der Batman ist der einzige von diesen Batman-Filmen, den ich nicht im Regal habe. So viel dazu. Und ich plane auch nicht, mir irgendeinen Nachfolger-Film dafür zu holen oder sonst was. Mag ich nicht wirklich. Ich hoffe, du bist mit den Antworten zufrieden. Ich wollte es jetzt nicht allzu groß aufblasen. Es sind immerhin sechs Fragen in einer. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Was hältst du von Mangas? Viel. Mangas sind im Endeffekt japanische Comics. Auch ich war als Teenager davon betroffen. Da kamen Mangas und Animes frisch nach Deutschland. Und ich habe da tatsächlich recht viel mitgenommen. Also ich habe dann immer nach der Schule auch Dragon Ball geguckt. Das lief ja dann immer auf RTL 2, für die Älteren unter euch. Ihr kennt das mit Sicherheit noch. Oder die ganz Alten. Ihr wisst überhaupt erst, wie das Ganze hier entstanden ist. Sailor Moon kam. Dragon Ball Pokémon. Das waren die ersten Animes, die für Kinder hier ausgestrahlt wurden. Und dann auf MTV und so weiter kam immer Inuyasha gegen 20, 22 Uhr. Weil es ein bisschen brutaler war und ein bisschen perverser oder was auch immer. Und natürlich Golden Boy darf man hierbei auch nicht vergessen. Der beste Anime, der je existiert hat. Für junge Zuschauer. So falsch. Naja gut. Ich mag Mangas. Ich habe hier selber die Dragon Ball Massiv Reihe. Ich habe auch den Nachfolger hier. Dragon Ball Super. Den sammle ich aktuell. Ich habe aber auch die ganze Naruto Reihe. Die habe ich jetzt zur Hälfte nochmal gelesen. Und ich habe die Bleach Reihe und Shaman King. Ich plane aber nichts darüber hinaus mir Manga technisch zu kaufen. Also ich bin kein großer Manga Sammler. Ich finde es ein bisschen schade, dass die halt in Schwarzweihe sind. Auf so einem billigen Zeitungspapier. Dass man sich das Ganze auch gut leisten kann. Finde ich tatsächlich sehr gut. Ich würde es nur begrüßen, wenn Mangas mittlerweile einfach so ein bisschen den westlichen Schritt gehen würden. Im Sinne von Prestige Format. Bei uns hat sich das Ganze ja so ein bisschen zum Graphic Novel hochgeschaukelt. Vor allem durch europäische Comics. Aber auch durch diese ganzen Deluxe Ausgaben und so weiter. Dass man ein fettes Buch hat. Mit einem Hardcover. In einem größeren Format. In Farbe. In hoher Qualität bedruckt und so weiter. Sowas würde ich mir auch für Mangas wünschen. Dass man einfach halt zwei Formate hat. Einmal den normalen Manga. Und einmal den in Farbe. In einem Hardcover. Den man sich wirklich gerne ins Regal auch stellt. Was so ein bisschen mehr Prestige hergibt. Aber Mangas an sich. Wie du vielleicht festgestellt hast. Ich mag die Action Sachen. Deswegen wird mein Comic auch so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Sammelst du auch Merchandise Figuren etc. Nö. Ich sammle keine Figuren. Ich habe Figuren. Also ich habe die Darksiders Figuren. Ich bin großer Fan von Joey Madurera und seiner Arbeit. Also allgemein die ganzen Comics und die Spiele und so weiter. Und ich habe halt die Collectors Edition von Darksiders 3 mir nur gekauft. Obwohl ich das Spiel gar nicht so sehr mag wie die anderen Teile. Weil da die Figuren dabei waren. Gleiches gilt natürlich für Genesis. Und ja. Die Figuren wollte ich unbedingt haben. Mir fehlt halt das Replika von dem Schwert. Dem Chaos Eater. Habe ich leider damals nicht bekommen. Und ja. Irgendwann werde ich mir das auch zulegen. Aber ich habe auch die Maske von Tod und so weiter. Also da bin ich großer Fan von. Ich habe auch C18 bei Drangball hier stehen. Weil früher da eine Lücke war. Bei den Comics. Und ich wollte die einfach füllen. Und ich fand diese Figur ansprechend. Die hat ja einige Kurven auch und so. Aber die ist nicht original. Die ist so ein chinesisches Imitat. Was trotzdem sehr sehr gut aussieht tatsächlich. Also ja. Das habe ich dann mir gekauft. Weil ich es einfach cool fand. Da eine Lücke zu schließen. Und später habe ich dann die ganzen Toriyama Short Stories. Die ja dahinter stehen gekauft. Und ja. Ich habe die jetzt davor einfach gestellt. Ja. Frag nicht. Das ist halt. Macht nicht viel Sinn. Könntest du dir vorstellen. Irgendwann mit dem Comic lesen aufzuhören. Oder das Interesse zu verlieren. Nein kann ich nicht. Comics haben mein Entertainment erweitert. Sie bringen mir eine unendlich große Freude teilweise. Natürlich nicht alle. Die die scheiße sind. Die lese ich halt nicht. Aber Comics sind etwas. Damit will ich nicht mehr aufhören. Es kann natürlich passieren, dass man an einem gewissen Genre das Interesse verliert. Und einfach ein anderes Genre liest. Aber Comics an sich finde ich als Medium gewaltig gut. Und das ist etwas. Das geht ja auch aktuell verloren. Alles wird so ein bisschen digitales Gut. Und das ist etwas, das besitzt du noch. Deswegen mag ich, dass die Bücher tatsächlich gedruckt und auch nochmal neu gedruckt werden. Und so weiter. Das macht für mich eine Menge aus. Dass ich die jederzeit aus dem Regal holen kann. Und zum Beispiel mit meinem Sohn in ein paar Jahren zusammenlesen kann. Genau. Aktuell lesen wir ja die Schlümpfe und so weiter. Groß werden mit den Schlümpfen von, ich glaube, Thunfisch. Super Bände. Super schön gezeichnet. Da haben wir auch gewaltig viel Spaß dran. Und ja, das ist etwas, ich bin mir ziemlich sicher, mein Sohn wird auch Interesse daran entwickeln. Allein schon, weil ich so eine Bibliothek hier hinter mir habe. Und er hat jetzt schon Interesse. Der will immer ein T-Shirt von Flash anziehen. Oder von Superman oder sonst was. Und der fragt halt auch danach. Die sollten jetzt in den Kindergarten ein Kissen mitbringen. Weil die da mal eine Ruhepause mittags machen. Und er wollte ein Kissen mit Spider-Man drauf. Das ist halt etwas, das ist halt so. Er guckt sich halt auch die Kinder-Cartoons dazu an. Also ja, das ist etwas, das werde ich nicht mehr sein lassen. Comics gibt es in allen möglichen Varianten. Es gibt europäische, es gibt Superhelden-Comics, es gibt Horror-Comics und so weiter. Und ich habe mit, ich glaube, drei bis vier Genren habe ich aktuell so viel Spaß, dass ich das nicht mehr sein lassen werde. Und die letzte Frage, wie ist das von allen Comic-Content-Creatoren, die beste Meinung zu haben? Das beantworte ich dir nicht. Ich habe nicht die beste Meinung. Es kann gar keine beste Meinung geben dabei. Aber danke. Ich verstehe das Kompliment dabei. Ich finde, durch die verschiedenen Meinungen ergibt sich etwas Größeres. Dass man dann auch Vielfalt hat, ist wichtig. Und dass man darüber diskutieren kann, reflektiert ja, was man gut oder schlecht an etwas findet. Und deswegen denke ich nicht, dass ich dir die beste Meinung habe. Aber das ist für euch etwas, das ihr selber entscheiden müsst. Aber ich finde allgemein YouTube, dass ich das mache und so weiter, gibt mir persönlich sehr viel wider. Ich mache das unglaublich gerne. Mir fehlt was. Ihr wisst ja, ich habe jetzt zu diesem Jahr meinen Gaming-Kanal bislang eingestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann werde ich dazu zurückkehren, wenn ich wieder irgendwie berufstätig bin und mir irgendwie erlauben kann. Dann werde ich das mit Sicherheit wieder machen, weil ich auch die Spiele gerne mit Freunden teile und so weiter. Das größte Publikum, das ich in dem Kanal hatte, waren Freunde tatsächlich, natürlich. Ich war jetzt kein großer YouTuber oder so. Aber es macht mir einfach Spaß, Dinge zu teilen. Ich bin allgemein eine Person, die gerne alles teilt. Wenn ich Wissen habe, dann teile ich das mit anderen. Deswegen mein Art-Kanal. Ich habe da versucht, den Leuten immer beizubringen, guck mal, das ist so cool, das kannst du so machen und so weiter und so fort. Genau das Gleiche mit Entertainment. Wenn ich mir eine Serie angucke, dann gucke ich die nie alleine. Ich gucke mir keine einzige Serie alleine an. Ich gucke die immer mit Frau oder irgendeinem Freund oder mit meinem Vater, wenn wir zum Beispiel einen Film gucken oder so. Ich teile Entertainment unglaublich gern. Ich spreche gern dabei. Ich tausche mich gerne auch aus und so weiter. Vor allem bei Sachen, die einen zum Nachdenken anregen. Das ist halt etwas, das mache ich sehr gerne. Und deswegen mache ich vielleicht auch YouTube und habe zigtausend Kanäle immer, weil ich einfach gerne alles machen und teilen möchte und so weiter. Ich bin halt einfach so eine Person, glaube ich. Ich teile einfach alles. 18 durch 9, 13 durch 7, 16 durch 5, 17 durch 8. Mein Großvater Grauer Starr nannte mich liebevoll den kleinsten gemeinsamen Teilen. Danke für deine Zeit und mach wie immer weiter so. Ich danke dir für deine Zeit. Du guckst meinen Kanal, du stellst mir hier Fragen, deswegen danke ich dir. Und deswegen, ja, wird gemacht, natürlich. So, Rasmus Tarsis 35, ich denke, das sind nicht eure Waren nix. Das ist etwas, das von YouTube wahrscheinlich so angezeigt wird. Frage 1, wie lange sammelst du schon Comics? Angefangen zu sammeln habe ich tatsächlich recht spät, wahrscheinlich so 2016 rum. Ich habe schon immer den Einstieg gesucht, schon vor 2012. Also ab 2009, 2010 oder so. Da habe ich immer mich versucht zu erkundigen, wo fange ich denn jetzt an, diese ganzen Reihen zu lesen. Weil ich es nicht gerafft habe, wie liest man die scheiße Batman-Comics, weil die sind ja alle durcheinander. Und was ist denn vorher passiert? Muss ich jetzt bei der Nummer 1 anfangen? Wo kaufe ich das? Und so weiter. Mir ist der Einstieg nie gelungen. Bis ich gesagt habe, okay, was ist die New 52? Was ist Rebirth? Und dann gab es so ein paar Videos dazu auf YouTube, wo die erklären, was das ist. Ich habe nicht gerafft, was die sagen. Das ist halt so schlimm bei denen. Man versteht kein Wort. Wo soll ich jetzt einsteigen? Und Aussagen von YouTubern wie, ja, im Grunde kannst du halt irgendwo einsteigen. Also man kann es machen, natürlich. Hier ist es ein bisschen auch unterschiedlich. Aber es gibt schon die guten Einstiegspunkte, wo man Dinge rafft. Und Einstiegspunkte, wo man gar nichts rafft. Die haben auch nicht geholfen, diese Aussagen. Deswegen habe ich mir irgendwann einfach gedacht, okay, hier wird irgendwie das Universum anscheinend neu gestartet. Du kaufst jetzt einfach die New 52 und guckst einfach mal, was Sache ist. Und da habe ich mir tatsächlich auf Ebay alle New 52-Bänder geholt. Jemand wollte die ganze New 52 loswerden zu dem Zeitpunkt. Ich danke dieser Person. Ich habe irgendwie 1500 Euro oder sowas insgesamt für alles ausgegeben. Das ist günstig für die gesamte New 52. Seitdem habe ich mehr als die Hälfte davon verkauft, Wiener, weil sie mir nicht zugesagt hat. Aber so habe ich in diese ganze Geschichte reingefunden. Es ist eine Menge Geld, es ist eine Menge Zeit reingeflossen. Aber dadurch konnte ich ja auch für euch den Guide machen und so weiter. Und die letzten Fragen, die offen waren, das waren so bei 1, 2 Serien, hatte ich noch nicht so ganz verstanden. Wie hängt das zusammen? Die habe ich von Thomas Judge. Deswegen ist auch meine Freundschaft mit ihm entstanden, sodass ich mich mit ihm so ein bisschen ausgetauscht habe. Allerdings in den Kommentaren. Also ihr könnt meinen ganzen Austausch mit ihm nachvollziehen. Was wir privat besprochen haben, waren Sachen wie, kann ich deine Karte verwenden, um in meinem Kanal das Ganze darzustellen. Der hat freundlicherweise Ja gesagt, die ich dann natürlich selber noch überpinselt habe und alles selber gemacht habe im Endeffekt. Aber ihr wisst ja den Werdegang. Also ich würde sagen, seit ungefähr 2016 oder so. Weil 2010, 2011 habe ich es zwar versucht, dann kam aber die Games Academy, dann hatte ich erstmal meine Ausbildung, hatte ich kein Geld dafür und so weiter. Und da war ich bis 2014 und auf jeden Fall nach 2014, irgendwann habe ich damit begonnen und zwar leicht. Ich habe mir erstmal nur die Hellboy-Sachen geholt und erstmal geguckt, ob das wirklich noch was für mich ist. Und ich bin dabei geblieben. Danach folgte die ganze Green Lantern-Reihe und ein bisschen Batman und so. Ja, so ist das Ganze abgelaufen. Ich würde jetzt einfach mal spontan 2015, 2016 so um den Dreh sagen, wo ich es wirklich begonnen habe, mir ins Regal zu stellen und aktiv zu sammeln. Frage 2, was ist deine absolute Lieblings-Comic-Reihe? Das ist unglaublich schwer wieder zu beantworten. Da gibt es ja einige, die ich wirklich mag für ganz unterschiedliche Dinge. Ich mag zum Beispiel Malcolm Max super gerne. Ich dachte beim ersten Band, nee, ist nichts für mich. Viel zu viel Text, alles viel zu bedeutungsschwangen. Und dann habe ich gerafft, hey, Moment, das soll so sein. Das vermittelt einen ganz eigenen Flair. Das hat halt so ein ganz eigenes Ding, so einen ganz eigenen Vibe. Und wenn man das Ganze dann weiterliest, dann entwickelt man eine richtig großartige Liebe dazu. Malcolm Max wirklich sehr, sehr gut. Aber dann hast du halt auch wieder Comic-Reihen wie Greg und Scotts Batman. Dass du halt wirklich einen hervorragenden Batman-Run hast. Und wenn du sowieso schon Fan von Batman bist, dann wirst du da mitgerissen. Das ist einfach richtig geil. Ist auch sehr, sehr schön gezeichnet, absolut nach meinem Geschmack. Und ja, das liebe ich unter anderem auch. Jetzt würde ich aber sagen, meine Lieblings-Comic-Reihe ist nach wie vor Hellboy, mit der ich angefangen habe. Weil Mike Mignola einfach so viel coolen Stuff, so viel Mythologie und Sagen und Legenden und alles in diesen Comic verbaut. Und alle seiner Charaktere so gut ausgebaut sind. Und er mit so wenigen Strichen so viel darstellen kann. Ich bin großer Fan. Deswegen würde ich sagen, Hellboy Compendium 1 bis 4. Frage 3. Deine Top 3 Helden aus allen Franchisen? Wieder so eine schwere Frage. Aus allen Franchisen, vermute ich, meinst du nicht nur Comics, ne? Ach Gott, das ist wirklich recht schwer. Also Batman natürlich. Ist einer meiner Lieblingshelden. Eindeutig Hellboy auch. Kann man Hellboy als Helden bezeichnen? Ich finde, ja. Der löst immer wieder Fälle, die übernatürlich sind. Und versucht das immer zum Guten zu drehen. Und er wurde von seinem Vater zum Guten erzogen. Was ich wirklich sehr liebe in diesem Comic tatsächlich. Ich würde sagen, Hellboy und Batman und Blade. Ich mag Blade unglaublich gerne. Aber auch die ganzen Darksiders, die apokalyptischen Reiter aus Battle Chasers. Ich habe so viele Lieblingscharaktere einfach. Ich bin aber auch ein großer Charakter-Fan. Ich bin ein Charakter-Artist. Bevor ich Concept-Art gemacht habe, habe ich mich viele, viele Jahre mit Character-Art in 3D beschäftigt. Das heißt Sculpting und Modeling und so weiter. Ich bin allgemein ein großer Fan von Charakteren. Das ist so mein Lieblingsthema. Und ich habe auch als Kind immer mit Action-Figuren gespielt. Weniger mit Autos, mehr mit Action-Figuren und so. Also so eine Person bin ich. Ich mag Dragon Ball. Ich habe mit Action-Figuren gespielt und so. Vielleicht könnt ihr mich dadurch auch so ein bisschen einordnen. Ich hoffe, diese Antwort stimmt nicht zufrieden. Ich kann dir nicht wirklich drei Top-Helden aus allen Franchisen nennen. Erstens wäre die Liste viel zu langweilig zu jedem Franchise drei Top-Helden hätte. Und zum anderen ist das halt unglaublich schwer, weil ich, wie gesagt, immer so facettenreich denke. Und vielem einfach aus dieser Vielfalt etwas abgewinnen kann. Vielleicht eine komische Antwort, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Wie weit ist dein Rebirth-Guide? Jetzt kommen wir zu den wichtigen Fragen. Oh, hier sind auch noch ein paar. Ich würde sagen so 50, 60 Prozent. Dom Kings Run hat mich absolut abgeschreckt. Und die Justice League Sachen auch. Da hatte ich keinen Bock mehr auf Rebirth. Und dann habe ich ein bisschen pausiert und so weiter. Aber ich bin dabei. Einmal die Woche öffne ich die Karte und verschiebe so ein paar Sachen. Und ordne da so ein bisschen zeitlich ein und so. Also ich denke, dieses Jahr werden wir damit durch sein. Und dann kann ich auch die Videos bringen und so weiter. Also so sieht es aus. 50 bis 60 Prozent ungefähr. Frage 5. Bekommst du Drohungen, Anfeindungen wegen deiner politischen Meinung? Ja, absolut. Von beiden Seiten. Sowohl den ganz stark linken als auch den ganz stark rechten. Wobei die ganz stark rechten toleranter sind als die ganz stark linken. Die sind wirklich gar nicht zu gebrauchen. Die sind halt so was von unmenschlich. Die wünschen mir den Tod. Die wünschen Krebs an meine Familie und so weiter. Die schreiben mir E-Mails. Und neulich habe ich ja den ersten stark recht orientierten bei uns im Discord gebannt. Unschöne Geschichte habe ich ungern gemacht. Ich wusste natürlich nicht, welche Orientierung der hat. Das interessiert mich auch überhaupt nicht eigentlich. Also ich bin gar nicht politisch unterwegs. Ich habe ja dieses eine Video dazu gemacht, dass ich das zum Kotzen finde. Und ich stehe auch dazu. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe diese Meinung, ich brauche keine politischen Agendas in meinem Entertainment. Das ist halt etwas, das hat da drin nichts verloren. Das ist für mich Propaganda. Wenn jetzt demnächst im Radio die ganze Zeit Agenda läuft, dann höre ich mir das auch nicht an. Als erwachsener Mann kann ich natürlich filtern, was ich konsumiere und was nicht. Was diese Leute aber versuchen, ist das den Kindern aufzutischen. Sowohl Disney als auch Marvel und so weiter. Und das geht meiner Meinung nach halt einfach gar nicht. Ich bin jetzt nicht so konservativ, dass ich sage, nee, Schwule darf es nicht geben. Das war für mich schon immer ein Thema. Ich bin zum Beispiel Buffy und Angel Fan. Und falls ihr diese Serien selber geguckt habt, dann wisst ihr, dass diese Sachen schon damals komplett divers waren. Komplett sexuell durchmischt und so weiter. Also ich hatte nie ein Problem damit. Wie gesagt, Blade ist auch etwas, das mag ich sehr. Was mich daran stört, ist die Politik. Und beide Seiten denken, ich wäre das Gegenteil. Also die politisieren anscheinend alles. Die denken, ich ordne mich selber rechts oder links ein, was ich überhaupt nicht tue. Mir wurde jetzt zum Beispiel auch von dem Gebannten, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich auf keinen Fall möchte, dass ihr irgendwie hinter diesen Leuten her seid, weil ich in diesem Punkt anders bin als die und ich möchte gar nicht so sein. Ich werde immer eingeordnet. Die sagen, jede Aussage lässt sich irgendwie politisieren oder politisch einordnen. Ich stimme zu, das ist der Fall. Das heißt aber nicht, dass ich als einfache Person, die Entertainment genießt, dass ich mein Leben damit verbringe, alles politisch einzusortieren. Ich finde, das ist eine krankhafte Einstellung. Und ich finde, die hat im Entertainment nichts verloren. Wenn es euer Ding ist, die ganze Zeit über Politik zu diskutieren, über diese Themen und wenn ihr die ganze Zeit die Leute danach beurteilen möchtet, dann ist das euer Ding. Was ich allerdings komplett zum Beispiel nicht angebracht finde, ist, wie sich einige Verlage verhalten, weil da ja auch Leute arbeiten, die stark links sind, die mich dann einfach komplett boykottieren oder mich komplett ignorieren und so weiter. Ihr seid ein Verlag. Steht dazu, was ihr seid. Verkauft eure Bücher und haltet euch aus den politischen Gedanken anderer Menschen raus. Ihr könnt niemandem hier was aufzwingen. Und das ist etwas, das finde ich halt wichtig. Deswegen habe ich auch das Video gemacht. Ich bin nach wie vor sehr stolz und froh darüber, wie es rauskam, weil ich finde, es ist recht verständlich alles erklärt aus meiner Sicht und dass mich da viele auch angefeindet hatten, vor allem, weil der Nerd sich dann irgendwie auf Twitter noch damals geäußert hatte und so weiter. Das ist durchaus wahr. Ich habe sehr viele Drohmails bekommen und so weiter. Also das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, diese Menschen sind alle auf den Kopf gefallen, wenn sie anderen Menschen den Tod oder Krebs oder sonst was wünschen, weil man nicht ihrer politischen Meinung entspricht oder so. Also freundliches Miteinander hat nichts mit Politik zu tun. Das ist etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, ich bekomme das. Um deine Frage ganz simpel zu beantworten. Ich werde angefeindet und ich werde nach wie vor in irgendeine Ecke gepusht, obwohl ich nichts mit diesen Sachen zu tun habe und mein Kanal auch gar nicht darauf baut. Frage 6. Superman gegen Tor. Wer gewinnt für dich? Bei Falschantwort wirst du gekämpft. Ey, die Frage ist, wo findet der Kampf statt? Wenn es auf der Erde ist, dann ganz eindeutig Superman. Und wenn es im Weltall ist und irgendwo eine Sonne vorhanden ist, dann auch Superman. Und allgemein Superman. Deswegen, ja, Superman. Hi, ich bin zwar erst relativ kurz... Ich meine... Sorry, aber nochmal kurze Frage. Tor ist halt ein Gott, ne? Ein Ase. Aber Superman ist halt ein Gott auf der Erde, der fast unbesiegbar ist, wenn er sich nicht zurückhält. Er kann halt alles zerstören, wenn er sich nicht zurückhält. Wenn Superman nicht Clark Kent wäre... Diese Vorstellung hatten wir ja unter anderem praktisch in Injustice. was dann sein würde. Deswegen würde ich sagen, ganz eindeutig Superman. Superman würde gewinnen. So, jetzt aber hier zu Leonardo. Hi, ich bin zwar erst relativ kurz dabei, aber ich finde deine Videos top und wollte mich bedanken. Ja, vielen Dank auch an dich, dass du immer dabei bist. Deine Kommentare lese ich mir auch immer durch. Meine Fragen. Liebster DC-Charakter? Ich würde sagen, Batman hat seinen Grund, warum das so das Aushängeschild ist bei DC. Ja, einfach eindeutig Batman. Ein bester Comic-Run, habe ich schon gesagt. Ich denke, der von Hellboy, von Mike Mignola, ist der beste Comic-Run. Für mich zumindest. Auch wenn es ja oft einzelne Geschichten sind. Diese Compendium-Run. Das halte ich in Ehren. Ich liebe das. Dann haben wir hier den liebsten Autor. Das wäre für mich Jeff Jones tatsächlich mittlerweile, weil Jeff Jones sowohl den Überblick behalten kann über lange Storys, über viele Story-Arcs, die gemeinsam auf etwas hinauslaufen, über ganze Universen. Er schreibt nicht bedeutungsschwanger. Er respektiert alle Charaktere. Er hat so viele Charaktere aus der Misere geholt, darunter Green Lantern, Aquaman, Flash mit Rebirth und so weiter. Der Mann hat es absolut drauf. Das ist für mich auch aktuell der beste Comic-Writer überhaupt. Deswegen, zumindest was diese amerikanischen Superhelden-Geschichten angeht, deswegen verfolge ich auch Ghost Machine. Ich hatte mich ja da auch zu geäußert im Discord. falls ihr das nicht mitbekommen habt. Jeff Jones ist ja eigentlich kurz bei DC gewesen, hat diese ganze Flashpoint-Beyond-Geschichte geschrieben, hat vermutlich dann gesehen, was DC draus gemacht hat und ist weg. Ich habe auch gehört von dritten Quellen, dass ihm viele Steine in den Weg geworfen wurden, sodass er gar keine Entscheidungsgewalt mehr hatte und nichts mehr umsetzen durfte. Ja, und die ganze Clique hat dann fleißig ihre Mariko Tamaki-Geschichten geschrieben. Jeff Jones ist weg und hat das ganze Zeichentalent von DC praktisch mitgenommen mittlerweile. Jason Fabok, Ivan Grace, alle Leute, die mit ihm gearbeitet haben, Gary Frank und so weiter, DC wird ein Problem haben mit Zeichnern in nächster Zeit. Genauso wie Marvel auch. Wobei bei Marvel noch die ganzen italienischen Künstler sind. Das ist etwas, das finde ich unheimlich spannend. Aber ja, Jeff Jones ist für mich der beste Writer, weil er immer alles respektiert und versucht geile Geschichten auch über lange Zeit hinweg zu schreiben. Sehr, sehr cool. Dreimal andere Batman-Comic-Empfehlungen. Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Ich vermute, du willst von mir wissen, was ich noch empfehlen würde, außer den Sachen, die du sowieso schon von mir im Kanal kennst. Da kann ich dir zu verschiedenen Themen Sachen empfehlen, denn ich weiß ja nicht, was du persönlich magst an Batman. Zum Beispiel, wenn du es bodenständig haben willst, Batman Erde 1 von Gary Frank und besagten Jeff Jones. Sehr, sehr schöne Reihe, sehr bodenständig, ein bisschen anders als die reguläre Reihe. Da ist ja auch die Deluxe erschienen, die ist recht erschwinglich, greift zu. Sehr, sehr cool. Dann den etwas älteren Comic, der erschien kurz vor den New 52. Hier haben wir Dick Grayson als Batman. Einen recht akrobatischen und etwas fröhlicheren, sage ich jetzt mal, oder leichteren Batman. Der schwarze Spiegel von Scott Snyder. Scott Snyder kann sehr gut düstere Geschichten schreiben. Der erste Teil in diesem Buch ist sehr gut. Mit Dick Grayson und so weiter. Der zweite Teil folgt James Gordon und seinem Psychopathensohn. Eine meiner Lieblings-Stories in Batman überhaupt. Deswegen würde ich das empfehlen. Review kommt noch, wurde ganz oft schon angefragt. Deswegen, ja, falls du da ein bisschen warten möchtest, kannst du da auch noch mal meine Meinung sehen und noch mal die Review genießen. Und ein anderer Band würde ich jetzt spontan sagen, Batman und der Rote Mönch. Das ist so eine Begegnung von Batman mit dem Übernatürlichen. Der Rote Mönch ist eine Art Vampir. Und es ist richtig schön gezeichnet. Ich dachte erst mal, die Zeichnungen passen vielleicht nicht so wirklich zu Batman, aber ich habe es wirklich lieben gelernt. Und die Geschichte hatte, ja, hatte einfach Charme. Ist eine ganz gute Geschichte einfach. Das ist ein 100% DC-Band übrigens hier, der Rote Mönch. Den gibt es vielleicht, ich glaube, ich meine, auch als Eagle-Maus-Band in Hardcover, falls ihr den irgendwo seht. Was ist dein Lieblings-Comic-Run von Jonah? Ich würde sagen, oder Jonah? Lieblings-Comic-Run, ich würde sagen, halt Hellboy nach wie vor, habe ich ja schon öfter beantwortet. Aber falls du eine andere Antwort von mir hören möchtest, ich habe verschiedene Comic-Runs, die ich sehr feiere. Ja, zum Beispiel Aquaman von Jeff Jones. Zum Beispiel Wonder Woman von Brian Azzarello. Das war sehr mythisch angehaucht. Zum Beispiel aber auch Wonder Woman von Greg Rucker. Aquaman von Dan Abnett. Batman von Scott Snyder und Greg Capullo. Ich habe da recht viele Sachen, die ich mag einfach. Und ja, Malcolm Max zum Beispiel von Ingo Rühmling. Und ich habe jetzt den Reiter vergessen. Mist, jetzt tue ich ihm hier keinen Gefallen mit. Aber Malcolm Max etwas, das ihr euch vielleicht auch angucken solltet. Aber macht euch einen Tee, bevor ihr lest. Ihr werdet verstehen, sobald es losgeht. Was ist dein Lieblingskuchen? Jetzt kommen wir zu den wirklich relevanten Fragen. Mein aktueller Lieblingskuchen ist der Käsekuchen. Und zwar hauseigen von der Frau. Der ist so viel geiler als jeder Käsekuchen, den ihr je in einer Bäckerei euch kaufen konntet. Das ist einfach etwas, da geht nichts drüber. Ich mag aber auch so einen Früchtekuchen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, beim Bäcker einen mit Erdbeeren obendrauf gibt. Mag ich sehr gerne. Oder aber auch, jetzt haben wir neulich gemacht, zu Neujahr tatsächlich, so ein Biscuit-Teig. Ich weiß nicht, wie der Kuchen heißt. Das ist so ein dunkler Biscuit-Teig, so ein bisschen schokoladig. Dann kommt so eine Creme drauf und dann auf die Creme kommen so angebratene Mandeln mit, ich glaube, Karamellsirup oder so. Richtig geil, aber nicht mein Lieblingskuchen. Jetzt kommt die Frage von Mystique1313. Bist du Fan von irgendeiner Sportmannschaft? Nein, tatsächlich nicht mehr. Ich habe früher Fußball geguckt mit meinem Vater, wenn mal irgendwie WM oder IM war. Und da hatten wir schon ein paar Mannschaften, die wir mochten, die beliebten von damals. Und auch Fußballer tatsächlich, Messi zum Beispiel und so. Und ja, das ist etwas, das hat bei mir komplett abgeflacht, nachdem ich auf der Games Academy war. Da hatte ich einfach keine Zeit mehr für gar nichts. Und da habe ich vieles auch beendet, was ich vorher gemacht hatte. Unter anderem auch zum Beispiel Taekwondo. Ich habe einige Jahre Taekwondo gemacht und habe dann leider abbrechen müssen. Ich wollte das eigentlich immer zu Ende führen, dass ich dann irgendwann den zehnten Done habe oder so. Hat leider nicht hingehauen. Das Leben ist halt einfach, das verläuft manchmal anders, als man sich das als junger Mensch noch denkt. Wieso sieht man nie dein Gesicht? Ja, die Frage habe ich ja schon pseudomäßig an mich selber gestellt. Aus vielerlei Gründen. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, das Ganze zu machen. Jedermann weiß ja heutzutage, das schafft mehr Zuschauerbindung. Und ihr habt ein Gesicht, wer euch hier was erzählt. Und immer besser. Weil auch die Aussagen durch Mimik dann eventuell eine andere Art ausstrahlen, als wie man einfach nur das gehörte Wort hat. Was ja oft zu Missverständnissen führt und so weiter. Habe ich mir wirklich oft überlegt. Also könnte man irgendwann machen, schließe ich auch nicht aus. Aber es gibt auch so viele Dinge, wo ich mir einfach denke, nee, lieber nicht. Weil zunächst einmal müsste ich ja repräsentabel aussehen. Jedes Mal, wenn ich mich hier vor das Mikrofon setze. Und das bin ich oft einfach nicht. Zum Beispiel jetzt nicht. Ich fühle mich krank. Ich sehe nicht gut aus dabei. Und zum anderen natürlich durch meine politischen Statements. Ich stehe ja immer absolut hinter meinem Wort. Ich habe eine Familie. Ich habe einen kleinen Sohn. Ich habe keinen Bock, dass irgend so ein Verrückter, der meiner Familie Krebs wünscht, meine Familie angreift, wenn ich nicht dabei bin oder so. Oder irgendwie herausfindet, wo ich wohne. Oder was auch immer. Das will ich einfach nicht. Ich selbst habe da natürlich keine Angst vor. Das ist mir vollkommen egal. Jeder kann kommen, so ein Motto. Aber vor allen Dingen, wenn man so dumm ist und einen aufgrund von irgendwelchen politischen Meinungen konfrontieren möchte. Was übrigens nie im echten Leben passiert. Aber es ist halt etwas, das... Ich weiß nicht. Meine Familie ist das Wichtigste für mich, was es gibt. Und ich denke, das ist halt etwas, das würde ich einfach aus dem Grund so ein bisschen vorsichtiger machen. Muss das sein? Nicht unbedingt. 99% von euch sind alles ganz normale, gesunde und vollkommen höfliche und sehr nette Menschen. Und ich schätze euch sehr dafür. Weil diese Community, die macht richtig Spaß bei mir im Kanal. Ja, aber diese eine Prozent dann, ne? Das ist ja etwas, das ist einfach nicht schön. Was war das Längste, dass du auf dem Klo Comics gelesen hast? Ähm, eineinhalb Stunden. Frag mich nicht, welcher Band oder welcher Run das war. Irgendwas hatte mich mal so krass gepackt, dass ich nicht aufhören konnte. Und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Es könnte Hellboy gewesen sein, keine Ahnung. Aber es ist halt, ja, meine Beine waren taub. Eineinhalb Stunden ist in etwa so das Längste, was ich auf dem Klo Comics gelesen habe. Falls ich irgendwie eure Fragen falsch verstanden haben sollte, oh, jetzt habe ich hier fast das vergessen. Ähm, doch, ich habe die Fragen beantwortet, ne? Trash and Attack, hier Frage 1. Wie ist der aktuelle Stand zu deinem Rebirth Guide? 50 bis 60%. Ungefähr dich ja beantwortet. Finde deine Haltung zur Belehrung politischer, geschlechtlicher Art richtig gut und finde es gut, dass du so Klarstellung dazu beziehst. Wie gehst du damit um, wenn du deswegen angefeindet wirst? Ja, ich gehe fast gar nicht damit um. Die Leute schreiben mir E-Mails und ich antworte nicht. Ungefähr so. Wenn mir jemand auf YouTube einen blöden Kommentar da lässt, dann kann ich auch mal blöd zurück antworten. Da sind die Leute meistens nicht gewohnt und die Diskussion endet und irgendwann löschen sie ihre Kommentare, weil sie nicht hinter ihrem Wort stehen können oder was auch immer. Ist ja passiert tatsächlich. Ja, das ist halt etwas, ich finde es wichtig, dass vor allem neue Zuschauer merken oder jüngere Zuschauer auch merken, dass das nicht die Realität ist, was hier stattfindet. Das ist etwas, das wird auf Twitter und YouTube und so weiter losgetreten und diese ganzen Entertainment-Geschichten, die sind unterwandert durch Aktivismus und das gehört da einfach nicht rein und jeder soll sehen, dass das nicht die Norm ist und das absolut nicht normal ist, was hier geschieht, dass das einfach eine Machtübernahme war und jetzt haben wir damit zu kämpfen. Aber da sie jetzt langsam alle rote Zahlen schreiben und es war schon abzusehen, dass das so sein wird, wird sich das auch irgendwann wieder normalisieren. Es gibt immer eine Gegenopposition zu allem. Deswegen, ja, überhaupt kein Problem. Mittlerweile bin ich so ein bisschen auf der Merlin-Schiene, ne? Kennt ihr den alten Film, wo er am Ende sagt, wir werden dich einfach vergessen. Ich glaube, zu Nimue hat er das gesagt. Und dann verliert sie ihre komplette Macht. Wenn wir das tun mit diesen Geschichten, passiert exakt das Gleiche. Man darf nicht vergessen, dass man immer als Konsument am längeren Hebel sitzt. Da gibt es auch ein interessantes Thema zu, das ich mal mit einem Freund erörtert hatte oder besprochen hatte. Da hatten wir so eine Art Analogie dazu aufgestellt mit McDonalds und so weiter. Recht interessante Geschichte. Werde ich irgendwann vielleicht noch drüber sprechen. Aber mein Kanal geht weder in die eine noch die andere Richtung, ne? So, sorry. Ich bin so ein bisschen raus. Es hat an der Tür geklingelt und ich musste husten, Medikamente genommen. Das ist mir ein bisschen schwindelig und so weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hatte. Man kann auch stundenlang darüber sprechen. Ich bin sicher, ich habe schon einiges dazu gesagt und das ist einfach weggeschnitten oder so. Seht es mir so ein bisschen nach. Ich habe jetzt nicht den Zustand, um wirklich hier ausschweifen, darüber zu reden. Will ich auch gar nicht. Ich lasse mich dabei weder links noch rechts wirklich stark einordnen. Ich bin kein politischer Mensch. Ich finde diese ganzen politischen Propaganda-Geschichten im Entertainment, Games, Filme, Serien, Comics, finde ich komplett zum Kotzen. Die haben nichts darin verloren, weil für mich ist das Realitätsflucht. Ich will, wenn ich einen Comic lese, nicht die echte Welt haben. Das ist halt einfach, das ist nicht mein Interesse daran. Ist es euer Interesse? Bitte schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr einen Comic aufschlagt, wenn ihr eine Serie startet, wenn ihr ein Spiel startet, ist es euer Interesse, die echte Welt mit den aktuellen Themen wahrzunehmen? Wenn da sich irgendjemand zu äußern kann, dann bitte tut es. Selbst wenn ihr sonst nicht kommentiert. Weil für mich ist es absolut gar nicht so. Deswegen bin ich Spielentwickler geworden. Es gab eine Zeit, da standen wir bei der Games Academy und haben mit den Rauchern zusammen uns unterhalten. Und einer, der jetzt ein erfolgreicher Game-Producer geworden ist, ein sehr sympathischer Kerl, hat einfach gesagt, ja, Games sind halt Realitätsflucht. Haben wir alle schon mal erlebt. Der Alltag ist scheiße. Man hat Stress mit der Familie. Man hat irgendwie Mist gebaut oder was auch immer. Und was tut man? Man startet ein Spiel, um ein bisschen abzuschalten, ein bisschen was anderes zu erleben und so weiter. Der Mann hatte vollkommen recht. Nicht jeder Mann an dieser Games Academy war sein Freund. Also das ist etwas, das unterstütze ich. Ich finde, also ich selber bin Entertainment-Creator geworden, weil ich das, was ich erfahren habe als Kind und Jugendlicher, den nächsten Generationen geben möchte. Ich möchte einen eigenen Comic erstellen und das mit den Leuten teilen. Und ich möchte ihnen eine fantastische Welt bieten mit coolen Charakteren und so weiter. und moralischen Geschichten und so weiter. Aber ich möchte niemandem, irgendwem, meine politische Meinung oder sonst was dabei aufzwingen. Und ich bleibe dabei. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe nichts zu verlieren. Je älter man wird, desto mehr ist einem alles egal, sozusagen. Man ist gefestigt in seiner Meinung. Man ist gefestigt in seinem Leben. Man hat die nötigen Erfahrungen gemacht. Aber ja, wie gesagt, ich möchte keinen Political Talk im Endeffekt. Ich möchte es gar nicht haben. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Und ich verurteile niemanden für irgendwie eine politische Meinung oder allgemein seine Meinung. Jeder darf die Meinung haben, die er hat. Dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil wir geeint sind durch das Interesse an Comics und coolen Geschichten und Entertainment. Und nicht wegen den Unterschieden, die uns die ganzen intolerantesten Menschen, die ich bislang erleben durfte, die Stark Linken, so verkaufen möchten, indem sie ganz stark auf Hautfarben achten und welche sexuelle Orientierung hat. Und im Endeffekt, wo man die ganze Zeit Unterschiede sucht anstatt Gemeinsamkeiten. Ja, herzlichen Dank dann auch fürs Zuhören. Das war das erste Video im Jahr 2024. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig jetzt mit meinem Ausschwiff. Ich danke euch, Leute. Ich hatte eine Menge Spaß 2023. Ich bin sehr gehypt auf die Sachen, die hier noch kommen werden. Ich hoffe, ihr auch. Ich versuche dieses Jahr wirklich qualitativen Content zu bringen, mehr als vorher. Und ja, ich habe natürlich so ein bisschen auch Unsicherheit, weil ich zwar schon in der Situation war, wo ich beschäftigungslos war oder selbstständig oder was auch immer, aber da war ich immer auf mich selbst gestellt und nur für mich verantwortlich. Mittlerweile habe ich eine Familie, wo ich einen Sohn und Frau versorgen muss und so weiter. Und da sieht es anders aus. Deswegen, falls es euch wichtig ist, falls ihr meine Geschichten hier unterstützt, meinen YouTube-Kanal, meine Videos, meine ganze Arbeit, die da reinfließt, die wirklich mit Leidenschaft geschieht und meinen eigenen Comic, falls ihr das irgendwann umgesetzt sehen möchtet und so weiter, dann würde ich euch bitten, unterstützt mich auf Patreon. Wenn ihr nicht könnt, dann ist es natürlich keine Frage, dann ist es egal für euch. Aber wenn ihr könnt, dann würde ich euch darum bitten. Das sind ja keine großen Beträge im Endeffekt. Mir würde das eine Menge helfen. Jeder Euro verlängert halt die Zeit, die ich an diesen Dingen arbeiten kann. Deswegen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid mit euren Antworten zufrieden. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr nochmal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wo wir dann so ein bisschen mehr Content haben werden. Bis dann.